Die Anhängekupplung 1934, vor genau 80 Jahren, von Westfalia erfunden und patentiert, heute nicht mehr wegzudenken. Ständig entwickeln Ingenieure neue, verbesserte Modelle, die genau zu den jeweiligen Fahrzeugtypen passen. Ausgebildete Fachkräfte und modernste Fertigungsmaschinen hauchen den Produkten Leben ein und verpassen ihnen das Prädikat Made in Germany. Jeden Monat treten so 120.000 Anhängekupplungen ihren Weg an. Von Reda Wiedenbrück in die ganze Welt.